Gut, ähm, wir mussten noch ne Schaufel finden. Mal schauen, wo wir die haben. Ähm, ich muss erst mal was machen, hm? So. So, dass die Schaufel sein? Ja. Benutze ich die Schaufel mit der Lava? Mit der Lava? Hä? Ach hier, hm. Ja, okay. Die Schaufel mit der Lava. So. Jetzt hab ich das. Können wir das jetzt wieder mitnehmen? Ne. Ähm, jetzt fehlen mir noch die anderen zwei Namen. Erst setzen wir mal den Namen hier rein. Jetzt fehlen mir nur noch den, der mitriechst oder wieder hier ist und Hermia. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Mal gucken, ob wir hier irgendwo den Namen finden. Bei Irgendwo muss ja ein Name sein. Hast du zufällig einen Namen? Ne, wahr? Ne, schade. Können wir da rein? Ah, da ist noch ein Name. Hier steht mein Name eingemeißelt. Ähm, wo haben wir das jetzt gesehen gehabt? Ich muss ja auch... Hä, wie bin ich denn jetzt hier reingekommen? Komme ich denn jetzt hier überhaupt raus? Normalerweise ja hier, aber komme ich ja nicht. Hä? Verarschen? Ach, hier? Oh, Mann. Das war genau hier, wo ich das noch gesehen habe. So, und das letzte... Ach, ne, haben wir schon. Jetzt müssen wir wieder da rein. Da hoch. Und den Namen. So, den haben wir jetzt auch schon. Jetzt können wir wieder zurück zum Baum. Und den Namen einsetzen. Na, komm doch mal her. Ach ja, das ist da ja. So, jetzt fehlt nur noch... Hermia. Das kann ja nur dann hier drin sein. Irgendwo. Da kann man lang. Kann man gucken, wo man den hier finden. Den finden wir hier. Finde eine brennende Fackel und Ton. Eine brennende Fackel. Ähm... Da ist eine Rose. Aber die wollen wir nicht. Gehen wir nochmal hier raus. Ich brauche eine brennende Fackel. Ich weiß nicht, wie man die Fackel gebraucht hat. Na, ich weiß nicht mehr, wo wir die hingesetzt haben. Geht das nicht? Das hier... Mann. Brennende Fackel und Ton. Wo soll ich den Ton herfinden? Äh, finden. Ach, herfinden, ja. Ähm, ne, da hat der Kerne. Hier oben ist nichts. Hier auch nichts. Also können wir jetzt wieder hier raus. Ich würde gerade sagen, warum geht das nicht? Ein Baum ist auch nichts. Hier auch nichts. Können wir noch gucken. Ach, ne. So, Herr, der Baum. Ja, hier ist... Ton. Aber das kann ich nicht mitnehmen. Hier ist aber auch keine Fackel. Ja, hier war ich doch gerade eben. Was willst denn du? Ja, du mich auch. Ach, einen Ton habe ich jetzt gefunden. Benutze den Ton mit Hermias Namen. Ähm, wo war denn der? Der war hier. So, finde eine brennende Fackel und Ton. Ey, willst du mich verarschen? Wo soll ich denn jetzt eine Fackel holen? Aus dem Ton habe ich doch schon gefunden gehabt. Ich gehe jetzt mal nochmal hier raus. Mal gucken, ob hier irgendwo... Was ist... Ey, es gibt es doch nicht... Ich habe es gar nicht gesehen gehabt. Ey, das ist nicht wahr. Oh, zünde die Fackel an. Jetzt darf ich wieder hinein. Und zünde mir mal die Fackel an. Ich will die Fackel anzünden. Hallo, hier ist doch Feuer. Oh, Alter. So, jetzt gehen wir wieder da rein. Hierher. Findet ihr den Namen Lysander, Demetrius und Hermia? Den Namen von Hermia habe ich euch schon gefunden. Den brauche ich nicht nochmal zu suchen, weil ich ihn schon habe. So, gehen wir mal zum Baum und setzen den jetzt auch noch hier an. Benutze das Schwerz, um Lysander und Hermias Herz zu zertrennen. Lysander und das, um mich zu zertrennen. Jetzt hinauf in den Wald. Findet den Spiegel auf der Waldlichtung. Lichtung? Ja, Waldlichtung. Findet den Spiegel. Ne, hier ist kein Spiegel. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Was soll denn hier ein Spiegel sein? Ähm, soll das das hier sein? Ne, hier ist nichts. Gehen wir mal da hin. Ne, hier ist auch nichts. Hä? Äh, fängt das jetzt schon wieder an? Äh, wenn ja, dann kriege ich einen Hals. Ja, wir können jetzt hier raus wieder. Aber sonst... Was? Ah, hier. Ich werde dich zerschmettern. Finde einen schweren Knochen. Einen schweren Knochen. Ähm, hier sind Knochen. Da müsste er ja noch liegen. Genau, hier ist er. So, jetzt können wir mal da hingehen. Und... Den Spiegel zerschlagen. Finde Lysander. Super. Ähm, da ist er. Demetrius, den Degen in der Hand, stürmt in den Thronsaal des Palastes. Dort sieht er den Lysander, der wieder vor ihm flieht. Doch diesmal will Demetrius ihn nicht entkommen lassen. Er springt ihm nach und seine Hand führt einen Stoß. Der trifft den Kontrahenten. Lysander, der ein Trugbild war, löst sich in Nebel auf, der den Demetrius in Schlaf versetzt. Die Kraft, die all den Wirrwarr in die Wege leitet, ist Puck, der freche Spuk, dem dieses Durcheinander großen Spaß bereitet. Im Auftrag Oberons soll er die Schar-Athener in die Irre führen und zum Palast der Feen lenken. Drum spinnt er fleißig seine Fäden und schmiedet sorgsam seine Ränken. Alle schlafen sicher. Ich muss die Liebenden in den Turm locken, ohne dass sie sich gegenseitig begegnen. Das wird ein Spaß. Mit dem Spielbrett kann ich beginnen. Ich beginne das Spiel mit den Menschen. Was? Alter, habt ihr eine Macke? Das soll jetzt aber kein Schach sein. Wenn ja, dann bin ich am Arsch. Ich kann kein Schach. Stell ich mich wirklich zu doof an. Ich sehe hier kein... Hä? Ach ja. Ähm, jetzt gehen wir mal da hin. Was gibt's denn hier? Da ist noch ein Teil. Platziere die erste Spielfeldteile. Ich wollte gerade fragen, wo komme ich denn hier raus? Ah, nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Mann. Nee, hier wollte ich noch gar nicht rein. Ich wollte hier hoch. Oder wo muss ich denn hin? Erzähl ich mir nur noch da runter. Da will ich ja noch nicht hin. Ich kann zwar jetzt hier erst mal suchen, ja, aber... Ah, jetzt. Da ist ein Frosch. So, das haben wir jetzt. Was ist denn jetzt? Da muss ich noch mehr finden, oder wie? Ach, zwei Figuren. Ähm, die werden wir mal... Hier ist noch mal was. Die können wir hier noch mal gucken. Da ist ein Haus oder ein Schloss, was es auch immer sein sollte. Wir können hier noch mal gucken. Aber wie es aussieht, ist hier nichts. Ach, doch. Platziere die Spielfiguren auf dem Spielbrett. Kann ich tun. So. Finde das nächste Spielfeld. Ach, Mann. Gehen wir mal da hin. Ich denke doch mal, dass es hier irgendwo sein könnte. Hier ist doch was. Nimm es doch mit. Mann. Teil. Ich finde hier nichts. Ähm. So, klar, hier ist auch gar nichts. Super. Hier ist auch nichts. Und sei denn, dass das sein. Wenn ich da runtergehe, ist nichts. Gehe ich jetzt mal hierher. Hier ist auch nichts. Wo soll ich da jetzt hin? Ach, gehen wir mal hier durch den Spiegel wieder. So, wie bringe ich Hermia und nun dazu, in den Turm zu gelangen? Ich finde das nächste Spielfeld. Spielfeld. Ja, das will ich ja. Dafür muss ich das erst mal suchen. Wo das sein soll. Ähm, das ist ein Pinsel. Ich muss mir auch merken, ich kann auch wieder runter, finde alles, um eine Pegasus-Puppe zu basteln. Alter, habt ihr eine Macke? Hier hast du ein Seil. Alter, die haben doch nicht mal eine Latten. Und so ein Pinsel. Feder Nummer eins. Runter können wir nicht mehr, super. Ähm, dann gehen wir wieder da rein. Hier muss ja noch irgendwo was sein. Ich muss ja immer noch hier dieses Spielfeld machen. Äh, ach man.